Ihr wollt wissen, was die Raffinerie hier soll? Dann bleibt dran! Tau, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Da haben wir heute vor, ähm, müssen wir mal eine Tasse finden und dann, ähm, ein Käffchen. Läuft ja wieder richtig gut heute. Erst mal andere Musik. So, Klasse weg, wie gut ist. Wir wollen dieses Fenster da aus dem Weg placken. Und erst mal hier hoch. Also wir hatten ja zuletzt da unten Beton gemacht und da vorne Platten. Also schon mal so weit aufgebaut, dass wir da Platten machen können. Ich möchte diese Plattform hier erweitern. Äh, nee, nicht vertikal bauen. So wie ich bauen. Und zwar... Schön da hinten hin, dass es doch groß genug wird. Denn wir wollen hier... ...diese Stahlträger, äh, Stahlbetonträger machen. Und zwar mit Alternativrezept, äh, auf Basis von den Pipes. Und dafür brauchen wir fünf, ähm, Fabrikatoren und ein paar Konstruktoren. So, 16 Stück. Ähm, nicht fördert. Wir nehmen das. Wir lassen zwei frei. Wir packen den... ...hier hin. Und hier überstehen. Davon fünf Stück. Zwei... ...drei... ...vier... ...und... ...fünf. Und, oh Wunder, die sind sogar alle... ...freude. Alternativrezept. Äh... So. Dann haben wir das. Fällig. Weil das, was da rauskommt, muss... ...da gar nicht rein. Muss dann nach unten und da hinten rein. Ähm, aber das, was hier rauskommt... ...müssen wir da reinleiten. Ist die Frage... ...nehme ich mir das... ...von hier hinten einfach weg... ...und gehe dann hier rum. Das ist, glaube ich, clever. Das machen wir dann auch. Aber jetzt machen wir erst... ...die... ...Konstruktoren. Und zwar habe ich mir gedacht, wir lassen... ...lassen wir einen frei, lassen zwei frei, wir lassen zwei. Zwei. Und dann... ...einen frei, haben wir da hinten immer noch zwei. Passt. Zwo. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Jetzt... ...drehen wir uns einmal rum. ...und stellen dich hier hin. So, und dann ist relativ einfach. Wenn da nichts mehr ist, kann ich auch keinen mehr stellen. Weil da ist die. Wir fangen hier an und sagen ihm, du sollst bitte Stahlrohre machen. Wir sagen dem. Ähm. Ähm. Guck ja. So bist du. Und dann können wir ja auch gucken, ob wir das Ganze schon mal... ...quadrahtet bekommen. ...drehen. Und dahin. Du hier hinten, du machst bitte nur... ...zehn Prozent. ...drehen. 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 Zwei. Fünfzehn machen die dreihundert. Und der hier macht die zwei. Wunderbar. Funktioniert ja super. Okay. Wir hätten das. Dann würde ich vorschlagen... ...wir überlegen uns jetzt, wie wir den Spasta dran kriegen. Äh. Äh. Beton kommt von unten. Also. Wir machen hier folgendes. ...Logistik. Splitter. Das ist wieder so ein Ding hier. Erstmal in die Richtung. Oh. Da muss ich jetzt... Ne. Wir machen die in die Richtung, weil... ...ich möchte unten den Beton reinleiten. Oh. War das ausreichend oder musste ich noch einen weiter? Splitter. Ich würde jetzt mal auf zwei Reichen. Zwei Reichen. Okay. Förderband Splitter. Du kommst so drauf. Hier kommst du... ...so hin. Ich hoffe, ich ziehe das gerade wieder gerade durch. Sonst... Äh. Vielleicht wieder so viel... ...abreißen. Das ist ja auch für euch immer blöd. Ich mach das aber wirklich nicht extra. Das ist manchmal... ...hab ich das Gefühl, das glaubt mir noch keiner. Wenn ich sage... ...dass ich mich... ...nicht extra so doof anstelle. Wer mich kennt, der weiß, dass ich eigentlich ein relativ clever Köpfchen nehme. Manchmal. So. Ich mach jetzt folgendes. Wir gehen erstmal... ...hier durch. Genau. Einmal um die Kurve da rum. Ist auch ne gute Idee. Äh. Ich weiß nicht, ob ihr die schlechten Nachrichten schon mitbekommen habt. Ähm. Dego hat sich dagegen entschieden, das ähm... ...Satisfactory Constructor Set, äh... ...auf den Markt zu bringen. Die genaue Begründung habe ich noch nicht so verstanden und auch nicht so richtig gelesen, wenn ich bin. Ähm. 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 Ist ein bisschen schade. Aber... Naja. Damit müssen wir jetzt leider leben. Ähm. Ähm. Dafür hat der, der das Ding erstellt hat ursprünglich, der hat sich die Mühe gemacht und das Ganze über Reddit als PDF verteilt. Ich hoffe, ich denke daran, da gleich den Link zu dem Reddit-Post runterzupacken. Ähm. Inklusive einer, ähm, Bricklink, ähm, Liste der Teile. Das Problem an dieser Liste ist. Ähm. Damit man sich die Sache... Also entweder muss man sich die ganze Schitte alleine suchen oder man sagt dem, ähm, Bricklink halt, such mir alles automatisch raus. Das ist aber... Ähm. Ähm. Also es kommen 200 Euro zusammen. Und, ähm, die dann auch sehr, ähm, also wenn man Glück hat, sind es nur 200 Euro. Ich hab's vorhin, äh, versucht. Und leider sagte er mir dann irgendwann... Bist du angeschlossen oder bist du nicht angeschlossen? Bist du angeschlossen, gut. Ähm. Ähm. Beim Checkout möchte der eine Shop in Deutschland, ähm, sagenhafte 38 Euro und irgendwas an Quasand haben. Da hab ich mir gedacht. So. 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 Warum hab ich das eigentlich nach unten gemacht? Weil, Beton... Guck mal, Beton mach ich... Hier. Das ist doch gut. Beton geht da lang. Ui! Ah, war knapp. So. Beton geht da lang. Ich geh hier zusammen und geh da rein. Aber... Ich brauch den Beton. Oh. Jetzt ist die Frage, zieh ich den Beton einfach stumpf hier lang? Weil dann läuft er ja sowieso hinten raus. Und dann irgendwie... Hier drüber und darüber. Also, das können wir doch machen. So. Hier steht doch bestimmt meine... Welche Panel wollte ich sagen? Ich hab keine Spitze, dann ist ja gut. So. Da machen wir den hin. Da machen wir den hin. Wir ziehen. Von da. Die Straße runter. Ja, geht ein bisschen schräg. Geh mal. Vor der Seite. Hier. Da anschließen. Danke. Du kommst. Von dort. Hier. Heißt du? Du musst überhaupt versehen auf die richtige Höhe. Okay, da kommt der Beton hin. Jetzt müssen wir den Beton nur noch irgendwie hier lang bleiben. Das machen wir von da aus. So. Das ist auch eine gute Höhe. Jetzt gehen wir hier hin. Was ist das hier? Eins. Zwei. So. Das reicht aber nicht. Okay. Ähm. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Und zehn. Jetzt sagen wir bitte nicht, dass das reicht. Mega. Das heißt, wir haben hier drauf den Beton. Den kompletten Beton, den wir brauchen. Wenn er dann fertig ist. Läuft da drauf. Geht da hinten rum. Geht da vorne hoch. Und wir haben ihn oben. Muss hier nur noch das Zeug reinkommen. Da hatten wir das Problem, dass wir wegen dieses Rohrs den Spaß nicht so dahin kriegen, wie wir wollen. Was ist denn da abgeklappt? Ähm. Wir können das aber hier an der Seite noch langlegen. Oder man könnte überlegen, das vorher, also vor dem Rohr hoch umzulassen und dann hier oben drauf. So. Das wird auch noch gehen. Ich glaube, das ist auch gerade mein preferred way. Einmal hier runter. So müsste passen. So passt nicht. Wir müssen noch einen höher ziehen. Ich habe natürlich jetzt nicht mitgezählt. Ich würde aber sagen, es waren drei. Dann machen wir mal vier. So sieht besser aus. Auch da habe ich wieder nicht mitgezählt. Das sieht gut aus. So. Was hatte ich jetzt gesagt? Wie wollen wir das haben? Ich habe hier glaube ich noch gar nichts entschieden, wie wir es haben wollen. Das heißt, ich kann den Kollegen beschließen, dass er nach unten liegt. Das einzige Problem ist, ich habe dann natürlich hier keine Möglichkeit mehr. Hier unten bleiben. Hier unten bleiben. Ich habe hier keine Möglichkeit mehr. Maffinerien zu. Da habe ich sowieso nicht, weil es ist gar nicht genug Platz nach oben. Alles gut. Das heißt, ich kann den Kunststoff E weiter oben machen. Okay. Dann habe ich ja gesagt, wahrscheinlich reiße ich das wieder an. Oh. Okay. Beton käme rein. Beton hätten wir hier. Wir haben die Stahlträger hier, wenn sie dann ankommen. Das ist doch schon mal gut. Dann haben wir die beiden Sachen schon mal in Ordnung. Okay. Dann müssen wir jetzt nur noch die Kollegen fertigen. Okay. Bin ich dumm. Ja. Wir tun so, als hätte ich das nicht getan. Und sagen, Förderband. Nee. Das ist bitter. Wir brauchen hier Stahlbarren. Von hier müssen die Stahlbarren rein. Und von da aus, wir gehen dann hier hinten raus, gehen die anderen Dinger da rein. Das machen wir so. Okay. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Das ist eine andere Form von Sushi-Birds. So. Okay. Jetzt ist es ein bisschen schwierig mit Beschweben. Wir haben auch noch ein paar Minuten. Ist ja gut. Ich glaube tatsächlich, dass das, was ich hier mache, aufbauen, soweit anschließen, nur noch nachher die Sachen dran packen, erstmal cleverer ist. Ich glaube, ich sollte mir nochmal Schilder machen. Können wir das beim nächsten Mal mal machen? Einfach hier Schilder dran setzen, um das Ganze ein bisschen strukturierter noch zu machen, damit ich weiß, was wo rauskommt. Dass so die Gesamtzahlen sind. Weil sonst wird doch sonst hier die Hölle, wenn ich nachher Sachen wieder suchen muss. So wie jetzt gerade der Beton, den ich dann da unten weg holen musste. So. Das hätten wir schon mal. Hier in die Mitte setzen wir jetzt die Kusenatoren. Und ihr geht alle in die Richtung, damit sich das da hinten gelohnt hat. Deswegen ist es da hin zu passen. Dorthin. Und hier hin. Dann habe ich auch da hinten frei. Das ist schon mal ganz gut. Dann kann ich als nächstes auf jeden Fall... Okay. Wir machen halt anders. Als nächstes kümmern wir uns um die Geschichte mit Öl, Plastik und Öl, Kunststoff und Gummi. Damit wir das Gummi bekommen, das wir für den Beton brauchen und das Kunststoff, das wir für die Platten brauchen. Dann haben wir nämlich auch den Teil, weil der ist nochmal richtig blöd mit dem hin und her und dies und jenes abziehen und so. Dann haben wir das wenigstens hinter uns. So. Dich weg, Dich weg. Dich weg. Dich weg. Dich weg. Dich und drehen. Die haben wir letztendlich auch nicht angeschlossen. Äh nein. Was bitte. Du bekommst nämlich den Eingang dort. Dann können wir das nämlich einfach hier hinsetzen. Dich weg. 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 Pflicht. So, jetzt müsste es reichen, dass du da hingehst, du kommst weg und du gehst da dran und von da aus gehst du dort. So, das haben wir. Der ist da mit dran. Dann packen wir dich hier hin und da hinten. Brauchen wir einen dazwischen, brauchen wir gar nicht. Den machen wir da weg. Du kommst hier um die Ecke. Gehst dann nicht hoch, sondern du kommst etwa da hin. Gehst von dort aus hoch und gehst da drüben dran. Okay. Hab ich gerade richtig gesehen. Wir haben nur noch 58. Nicht ganz richtig gesehen, aber schon hart. Okay. Das heißt, das ganze Ölgedönse bauen wir da hin. Weißen da wieder ab und bauen da hin. Oh Mann, das wird lustig. Dann müssen wir doch das Öl da rüberlegen, wenn es da unten gerade gebraucht wird. Aber das ist ja nicht das Problem. Das eine Rohr läuft ja schon da unten lang, dann müssen wir nur anschließend fertig. Und dafür das, was da ist mit Nitrogen, das packen wir da rüber und die drei gehen dann da irgendwie runter. Da muss ich mir noch überlegen, wie ich das genau mache, weil dieses hin und her mit dem Bauxit, das ich ja auch noch irgendwie auflösen muss. Wobei, das ist alles in einem Kasten. Das heißt, ich habe letztendlich drei zur Verfügung. Alles gut, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Das ist unsere Zeit. 25. Ich ziehe jetzt einfach noch ein paar. Mal gucken, was wir noch in ein paar Minuten schaffen. Wenigstens ein bisschen Beton ausgeben. So, ja genau. Hier. Die Nupsis werden wir echt zum Verhängnis, oder? Ich reiße jetzt vielleicht die Nupsi-Teile nochmal raus. Und wenn ich sehen kann, kann ich das machen, indem ich einfach nur den einen rausnehme. Dann haben wir eins, zwei, drei, hier. Okay, ist genug Platz. Wir können also, wenn wir die so platzieren, dass da der Eingang ist, dann haben wir vorne auch genug Platz. Wie sieht das auf der anderen Seite aus? Da sieht das eins, zwei, gar nicht geil aus. Da mache ich das vielleicht anders. Das gucken wir uns dann an mit den Zahlen. Wie das aussieht. Also hier könnte ich zum Beispiel drei oder zwei von den Raffinerien nebeneinander setzen. Ja, da werden wir sehen. Da bin ich mir noch unschlüssig, wie wir das genau machen. Aber hier haben wir auf jeden Fall... Da muss ich dann hier einmal rausziehen. Das sind immer so... Diese zwei Stücke. Man könnte die auch so ein bisschen hier dazwischen setzen. Wobei... Ne. Sieht das hier aus? Ja, das ist komplett gut. Aber bei dem sieht das anders aus. Da müssen wir... ein bisschen mehr... eine Seite gehen. Okay. Ja. Ja. So können wir uns schon mal Gedanken machen. So können wir uns schon mal Gedanken machen. Wir haben also hier Platz, um Raffinerien zu setzen. Wie viele brauche ich denn dafür? Gucken wir uns das schon mal an. Hm. So, wir hätten... Drei für Plastik. Fünf für... Rapper... 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 Bitte nicht, dass das hier... Woher kommt dieses... Scheiße, du willst da auch noch das Abwasser mit in den Rapper reinnehmen. Und in... Also... Da hab ich gesagt... 5... 8... Und wir brauchen natürlich einmal fürs Öl... 9... 15 Stück. 15 Stück kriegen wir hier irgendwie hin. Wir haben einen langen Weg danach hin. Und das passt. Das kriegen wir hin. Da bin ich zuversichtlich. Ja. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Momentan freue ich mich riesig drüber. Und damit macht das gut, Käffchen. Tschüss. Tschüss. Nochred. In's